Ich habe eine Medaille gefunden und hab was tadellos geschafft. Die Medaille sieht so aus, als könnte ich die irgendwo einsetzen. Oh. Wer hat Mark verfolgt und die habe ich fotografiert? Ich nicht. Warum treffen sie sich heimlich? Was müssen sie abseits der anderen diskutieren? Wer hat Mark verfolgt und helfen? Ja, gut. Das Ding. Ich habe irgendwo das Ding schon gesehen. Hier? Ja. Noch eine Medaille. Ein Roseneinsatz. Schau, was ich gefunden habe. Ein blutiger Ohrring, steck in der Fenze. Ich wüsste, Mark hat es. Okay, ein blutiger Ohrring. Da ist etwas Blut an diesem Ohrring. Wer ihn verloren hat, war Zeuge, was mit Mark passiert ist. Könnte ich den Anhänger da gehen? Danke. Lass mich raten, dass es jetzt das letzte Teil hier wird. Nein. Okay, gut. Nein, lass uns zurückgehen. Ich werde jetzt erstmal den Roseneinsatz einsetzen, ja? Ein Schraubenmodifikator hat mir gefehlt. Ich könnte das Gas abstellen, wenn ich ein Ventil hätte. Jetzt ist aber die... Ich soll den Tat auch nicht mehr als nötig stören. Ja, gut. Kann ich jetzt hier nochmal rein? Nein, nein. Es ist abgeschlossen. Hier kann ich nichts mit dem Schraubenmodifikator machen. Das ging hier rein und hier kann ich auch nichts mehr machen. Ich kann den... Gut, keine Schrauben modifizieren, sondern... Guck mal. Eine Bandspule und das letzte Teil von der Pyramide. Ich könnte dieses Kabel benutzen, wenn ich etwas zum Abschneiden hätte. Ja, dann nicht. Da kommt das Blatt rein und da kommt die Pyramide drauf. So, und jetzt mache ich daraus, was sinnvoll ist. Und kriege dann einen... Zahlenzettel. Diesen Zahlenzettel kombiniere ich mit diesem Codemuster. Klicke dann hier drauf und hänge den Zettel da dran. Drei, neun, zwei, sieben, neun, neun. Das war's. Wenn du einen Fehler machst, kannst du das Spiel jederzeit zurücksetzen. Das war's. Folge dem Schema, um das Ende des Labyrinths zu erreichen. Du darfst aber jede Zeichenfolge nur einmal überqueren. Ähm. Okay, ich gehe einmal so, so und so. Dann darf ich den betreten. Die. Dann komme ich zu denen. Über die Dreiecke. Nach Hause. Was war jetzt wert, dass ich Meisterinke werde? Arbeitsvertrag eingestellt ist, stimmt zu, dass er jederzeit treu, fleißig und nach bestem Gewissen und Gewissen alle Aufgaben erfüllen wird, die für eine Person, die eine Person als Wachmann auf der Insel erforderlich ist. Kann ich jetzt die Kasse... Wenn du genug Beweise hast, um Gewissen umzuziehen, fängt die Mappe an zu schimmern. Okay. 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 Klicken auf das Ding, was ich mir näher untersuchen... näher untersuchen kann... Okay. Ich kann da wirklich nicht mehr ran und den Kasten da oben holen. Okay. Kann ich das machen? Nee, ne? Okay. Ich gehe mal zurück und spreche mit meinem... Mark hat sich am Geländer... Obermarkt, bevor alles passierte. Mark hat sich an das Gelände gewinnen. Mark hat neben den Bogen geraucht. Mark hat neben der Wand gestanden. Jemand hat sich mit... Mark hat sich mit jemandem auf der Treppe getroffen. Mark hat sich mit jemandem eingetroffen. Mark hat sich mit jemandem eingetroffen. Und sich dann in die Feuerstelle gesetzt. Mark wurde von der Kante gestoßen. Mark hat den Abschlussgriff geschrieben. Er ist dann von der Clip gesprungen. Passt doch überhaupt nicht. Er wurde von der Kante gestoßen. Du wirst informiert, wie spät es ist, wenn du wichtige Dinge abgeschlossen hast. Kann ich ihm das geben. Das war nicht ein Erkrank, nach allem. Wir haben eine Mörder auf unseren Händen. Und die Zeit der Mörder auch. Lass uns mit den Residenen sprechen. Wir müssen alle sagen und ihre Alibien nehmen. Der Körner könnte sich mit ihnen sein. Er ist zurück, okay. Das ist Alexei. Lass uns mit ihm reden. Will er eine Frage und nimm die Antwort zur Kenntnis. Wo waren Sie in der Gestern Nacht gegen 2100? Was war Ihre Verbindung zu Mark Spector? Ich habe ihn kennengelernt, als er hier zu arbeiten kam. Er hatte eine professionelle Hintergrund in Sicherheit. Er war perfekt für diesen Job. Er war ein guter Mann. Über die Zeit wurde er als ein Mitglied der Familie. Okay, und wann haben Sie Mark das letzte Mal gesehen? Ja. Ja. Danke. Er ruft die Bewohner zusammen. Das ist jetzt Zeit, das Haus zu durchsuchen oder mit ihr zu gehen und mit den Verdächtigen zu reden. Ich klicke jetzt endlich auf den hier. Guck mir an, was hier so steht. Nicht für nichts oder wie. Guck mir den Tisch an. Und klaue erstmal einen Eisenflop. Das Herzstück des Leuchtungs fehlt im Modell. Ja, der Leuchtung fehlt, ja. Okay, gut. Da geht's zur Lobby. Hier auch übrigens. Hier haben wir eine Uhr. Wo ich den Steckschlüssel klaue. Oh, das sieht so aus, als würde das sehen. Und schwupps habe ich ein Leiterrad. Den mache ich hier auf, guck danach, die Gewichte fehlen. Die Tasche hat einen einzigartigen Öffnungsmechanismus und es fehlt ein Teil. Schade eigentlich. Ein Eisenflop. Was haben wir im Kamin? Also hier haben wir eine Brille. Punkbuster. Auch Patricia, die hübscheste Vogelbeobachterin. Hier fehlt ein Greif. Oder ein Schwan. Auf jeden Fall ein Vogel, ja. Vielleicht kann ich die Asche irgendwie wegpusten. Quatsch, das... Ich hab gedacht, das wäre... Wo ist die Luftpumpe hin? Wieso hast du die Luftpumpe weggeschmissen? Am Schloss fehlt ein seltsam geformtes Teil. Das ist ein Schwiegelschiff. Hinterhof habe ich ja schon. Auf in die Lobby! Inspektoren! Hey, wer bist du? Richard Jones, ich versuche. Kann ich euch über die Tod der Herr Mark Spector sprechen? Wir verwirklichen, dass sein Tod nicht ein Erkrank war. War es nicht? Oh nein! Bitte! Ich bin auf deiner Beine. Alles, was ich tun kann, um zu helfen. Sag einfach die Worte. Wo waren sie letzte Nacht gegen 21 Uhr? Kommen wir nicht in die Mitte mit. Tolles Hobby. Äh, was soll ihre Verbindung zu Spector haben? Ich habe ihm diesen Job bekommen. Er war ein guter Mann. Wir haben uns in Wales, während ich auf einer Geschäftsruppe war. Ich ging in eine Bar, ging in ein paar Probleme. Und er hat mir geholfen. Wenn er nicht da gewesen wäre, würde ich nicht mehr dieses schöne Gesicht haben. Hm. Ich vermisse ihn. Und jetzt sagst du, dass seine Tod nicht ein Erkrank wäre. Ich kann es nur nicht glauben. Was sagen die Beweise, aber... Wann haben sie Mark das jetzt mal gesehen? Äh, gestern? Nachmittag. Wir hatten ein Yorkshire Pudding. Alexi macht das beste. Nach einem kleinen Gespräch über unsere Hobbys, gehen wir in unsere einzelnen Weg. Wer können wir mit deinem Alibi konfirmieren? Ich sprach mit Henry, als er in seiner Studie gearbeitet hat. Ein bisschen später, Alexi kam und gab mir einige Verwaltungen. Das wird alles, Herr Jones. Danke. Du warst sehr hilfreich. Wenn du nichts brauchst, Inspektoren, fragst du einfach. Ich will meine Freundin die Tod geschlossen. Gehen wir hin. Und ich gucke mich jetzt hier oben. Eine Videokamera. Ja. Es sieht so aus, als hätte Richard seine Sternenbeobachtung aufgenommen. Mich irritieren ein bisschen die Fingerabdrücke, aber okay. Oh, ein Schwan. Ich brauche zwei Paste-Schüssel, um den Eckenkuffer zu öffnen. Ach, sowas. Das Oberteil fehlt. Kann ich hier reingucken? Den kann ich nicht. Und Whisky. Hab dich. Was haben wir hier? Ein Aquarium. Terrarium. Die Schlange scheint kürzlich gefüttert worden zu sein. Ja. Und da ist ein Stück vom Steckmannater nicht rein. Oh, das ist verständlich, ja. Blackadder und Baldrick. Okay. Ich kann hier als Schloss knacken. Mit Maisenflock. Von dem Hammer. Ich nehme das Buch. Nicht? Gut. Schauen wir das später an. Was haben wir denn hier? Hier war ein Siegel. Es könnte noch da sein. Danke. Let's go talk to Henry. Ja, gleich. Erstmal. Das Vogelding. Garnspule. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube das ist sinnvoll. Das muss ich noch wegpusten. Hier war PB drauf. Gut. Wir müssen jetzt anscheinend ins Arbeitszimmer, oder? Hier die Treppe kommen wir nicht hoch. Es gibt kein Rad. Arbeitszimmer. Inspektoren. Wie geht die Investigation? Unförtlich, Herr Bradford. Es erscheint, dass Ihr Arbeitgeber getötet wurde. Wo waren Sie die letzten Nacht gegen 21 Uhr? Ich war ein Rugby-Game mit meinem Bruder und seiner Fiancée Grace in der Gäste-Wing. Das ist eine der rare bräuchlichen Traditionen, die wir immer noch halten. Ich bin nur zum Markspector. Er arbeitete hier als Regier. Außerdem haben wir keine speziellen Verbindung. Meine Frau hat immer gesagt, dass er ein guter Mann war. Und was von Ihrer Frau, Herr Bradford? Wo ist sie? Meine Frau? Na, ehrlich gesagt. Sie und ich hatten einen Kampf. Sie hat zwei Tage nach der Hauptstadt verlassen. Ich bin sicher, dass sie in ein paar Tagen zurückkommen wird. Sie braucht nur, um sich zu kümmern. Ich weiß nicht, wie Sie über Mark erzählen können. Ja, glaube ich. Wann haben Sie ihn das jetzt mal gesehen? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich habe ihn zuerst die Repäirs auf den Island-Modell in der Foyer. Patricia hat es in der letzten Zeit gesucht. Er hat niemals zu fixen, aber er hat es nicht. Eine weitere Sache. Gehen wir sofort zur Bildzeitung? Gästeflügel. Ich will aber dann nochmal. Wir sollten ihn nicht stören. Dann gehe ich in die Gästeflügel. Hallo. Sind wir hier in der Talkshow? Guten Abend. Ich bin froh, dass wir Sie unterdrücken müssen, um ein paar Fragen über Mark Specter zu fragen. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Poor Mark. Er ist besser. Als ich ihn gefunden habe, habe ich gedacht, dass es ein Verlust war. Mit den Fragen, die Sie die Inspektoren fragen, habe ich angefangen, zu haben, darüber zu haben. Okay, wo waren Sie denn letzte Nacht gegen 21? Ich habe mit Edward und wir sahen seine Lieblingsspieler. Henry war nicht bereit. Ich wollte das Spiel mit Henry sehen, aber er kam nur nach der ersten Halbzeit. Ich war überraschend, dass er sogar aufrufen hat. Okay, äh, Verbindung zu Mark Specter. Wir waren alles gut. Er war nicht mein bester Freund oder sowas, aber er war ein guter, decenter Arbeiter. Er war so ein glücklicher Charakter. Du hättest ihn nie sehen, dass du ihn schreien oder schuldigst. Er war immer positiv. Er machte seine kleine Figuren und erinnert dieses Platz. Okay, und, äh, wann haben Sie denn das jetzt mal gesehen? Äh, ich bin nicht sicher. Äh, gestern um die Nacht? Etwas so? Ich sah ihn, als er nach dem Boken Island-Modell in dem Foyer ging. Das war das letzte, was ich von ihm sah. Du sagst, dass Henry unabhängig war. Was war er da? Ja, er und Patricia haben letzte Nacht recht vokal gesprungen. Das ist, warum sie in der Morgen ging. Warum sonst würde sie so plötzlich verlassen? Äh, sie haben... oft in den letzten paar Wochen, nicht wahr? Sie sah nicht so glücklich. Das wird alles für heute. Wenn wir etwas anderes brauchen, werden wir Ihnen wissen. Wir sollten wahrscheinlich alle Alibien feststellen. Ja, das sollten wir vielleicht tun. Aber erstmal klicke ich auf den Typen hier. Und ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Ein eigenartiges Stück des Schlosses fehlt. Dinge, die ich nicht erwartet hätte, Teil 14. Dennis. Rugby, 20 bis 21, 30, UFC. Ja. Mal sehen, ob ich das Alibi von jedem mit den bekannten Fakten abgleichen kann. Er sagte, er hätte die ganze Nacht die Sterne beobachtet. Ich habe ein paar Uhr, aber ich habe die Schlange in der Lobby gefüllt. Ich habe die Schlange in den Lobby gefüllt. Das war schon mal der Schlange. Ich habe die Schlange in den Lobby gefüllt. Aber da ist der Schlange in der Lobby gefüllt. Da haben wir den TV-Sender. Aber der passt auch dahin, Digga. Hat das Spiel gesehen? Hat die Insel nach dem Kopf verlassen? Hat die Insel heute Morgen verlassen? Die Insel vor zwei Tagen verlassen? Hat geschaut, die Insel verlassen, aber die Angaben über die Radfahrtzeit stimmen nicht überein. Okay, kann ich jetzt das Ding in der Mitte... Ah, jetzt kann ich das Post vonnehmen. Entformen eines Schildes. Was haben wir hier? Muss ein Weg geben, hier reinzukommen. Ja, hier, durch die Tür, ne? Der Riegel ist völlig verrostet. Der wurde schon lange nicht mehr benutzt und ich hab kein Öl. Lischee-mäßig. Lischee-mäßig. Ja, hier das nicht mehr Vera und puedes... ...사가 hier los.